Matthias Hofbauer, ein spezieller Abend heute, 28. Februar 2018 im Sportcentrum zu Chwil. Der 1000-Score-Punkt erzielt. Was sind da für Emotionen und Gedanken vorhanden aktuell? Ja, nach diesem Spiel sind natürlich schon Emotionen aufgekommen. Es waren auch noch so viele ehemalige Mitspieler, die wirklich von ganz früher dabei waren. Das ist halt so eine Geschichte. Dass ich das alles erleben durfte und so gute Mitspieler hatte, ist halt einfach einmalig. Und sicher etwas, das ich immer gerne zurück schaue. Ich habe mir auch zu verdanken, dass nach dem 1000-Score-Punkt die Playoff-Stimmung aufkam. Der Standing Ovation hier vor der Halle. Was geht ihm in diesem Moment, er geht wirklich nach dem Goal durch den Kopf? Ja, es ist ja nur so viele Spieler, es gibt sicher auch die Säcke. Es war natürlich extrem schön. Ich habe mir wirklich nur Gedanken gemacht, was könnte passieren, was wird passieren. Und dann merkt man schon, wie das alle Leute wirklich wertschätzen. Das ist schon etwas, was dann sehr, sehr schön ist. Ja, wo man einfach nur geniessen kann. Klar, das ist eine coole Zahl und steht irgendwie für etwas. Aber ja, ich finde die Punkte nicht das Wichtigste. Aber wenn man dann auch merkt, die Wertschätzung, die man für das bekommt, ist schon sehr überwältigend. Ja. Ist man auch ein bisschen froh in dem Moment, dass man es endlich erzielt hat oder erreicht hat, das Ziel oder die Marke? Weil in den letzten Tagen viel darüber auch geschrieben worden ist. Ja, nein. Es hat mich überhaupt nicht belastet. Weil wir sind so ihre wichtige Zeit mit dem Team, mit dem Goal-Finale, ins Play-Off-Start. Das war echt nicht etwas, was ich mir überlegt habe. Es gab schon andere Sachen, die mich als Sportler beschäftigt haben. Das zählt sicher nicht dazu. Aber es ist sicher gut. Es kam jetzt gleich ein Spiel und konnte ich die vier Punkte machen. Und es ist sehr erledigt. Das passt eigentlich. Ja, das Spiel von heute. 12 zu 5. Sieg gegen WC Uster im ersten Spiel dieser Serie. Der Resultat spricht für euch. Ja, das ist so. Ich denke, wir hätten dann ab dem zweiten, dritten schon immer besser spielen können. Aber auch gewusst, dass es nicht ganz einfach wird. Gerade nach dem Samstag werden die Emotionen zwangsläufig noch nicht so dort sein, wo sie sein sollten. Respektive die Spannung. Ja, es ist immer schon gewusst, dass es nicht ganz so einfach wird. Aber ich würde sagen, es ist gut gelaufen. Wir haben heute einen guten Job gemacht. Wir haben gut in die Playoffs gestartet. Wie ist die Leistungssteigerung vom Mitteltrituan zu erklären? Ja, ich weiss es nicht. Eigentlich haben wir auch im ersten, dritten schon recht okay gespielt. Wir bekommen vielleicht ein bisschen blöde Goals. Und dann ist es halt schnell mal 3-3. Aber wir haben es auch nicht rausbringen von dem. Sondern haben einfach versucht weiter zu spielen. Und dann ist es dann plötzlich etwas besser gelaufen. Und vielleicht ist von ihnen schon etwas weniger gegangen, habe ich das Gefühl. Und dann hinterher raus. Aber ja, das war eigentlich ein solider Auftakt. Jetzt geht es zweimal auswärts gegen Ulster. Wie ist da der Matchplan? Oder will man Reiche dann zu matchen? Ja, wir sind uns sicher bewusst, dass es etwas anders wird. Bei ihnen zu Hause ist schon für uns eine grössere Challenge wahrscheinlich. Sie werden sich sicher auch sehr viel vornehmen. Aber wir sind jetzt nicht eine Mannschaft, die auswärts anders wird zu spielen als zu Hause. Wir müssen sicher nach wie vor schauen, dass unser Offensivspiel gut ist. Defensiv, aber auch. Wir haben eben die Goals, die wir im ersten Tritt bekommen. Wir dürfen es einfach nicht zu einfach machen. Sonst sind vielleicht auch die Emotionen aufgebaut, die nicht so gut sind für uns. Aber ja, wir sind dabei und jetzt geht es richtig los. Dann geniessen wir heute Abend noch und viel Glück am nächsten Wochenende. Merci vielmals. Bis zum nächsten Mal.